Vor einiger Zeit versuchte den Tun des Schicksals herauszufordern. Dieser Versuch wurde mit einem Fluch bestraft, welcher ihn in die Gestalt einer Lala Toffe verwandelte. Mittlerweile sind fast 100 Tage vergangen, seit er in dieser Gestalt gefangen ist. Und es braut sich ein neues Unheim über Eosea zusammen. Überall in Eosea tauchen diese Türme auf. Eine neue Katastrophe naht, aber so kann ich nichts dagegen tun. Meine Kräfte schwinden von Tag zu Tag. Meine Kräfte schwinden. Tag. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018